Moin, Leute, hier ist der Rokaso und damit ist es gekommen zu einer neuen Folge Let's Play of Legends. So, heute spielen wir ein super geiles Normal mit dem Parry zusammen. Ja, Chris ist dabei und noch zwei anderen hier sich auf dem TS rumtreiben die zwei Banausen. Einmal eine Laura mit zwei guten Freunden und ein... Zwei guten Freunden. Was für gute Freunde? Und ein Kartoffelsalat. Oh Gott, er labert einfach irgendein Müll. Irgendwie mal nach mir, Rick. Mit zwei guten Freunden. Was? Ich weiß, wie er meint. Achso. Glaube ich weiß auch was. Der ist ja sneaky. Der Fritz wieder. Now you see me, now you don't. Ja, der Link natürlich zu Parryx im Kanal ist in der Beschreibung wieder. Ja, bei mir nicht. Ja, das kennt er ja nicht. Fritz darf niemand sehen. Ich muss auch direkt wieder Hate-Kommentare machen unter Fritz seinen Videos. Hate-Kommentare. Ich bin auch immer derjenige, Fritz, falls du dich gefragt hast, der unter deine Videos schreibt, boah, warum spielst du eigentlich immer mit Parryx? Voll der Noob. Na, ich glaube, du schreibst in meinen Videos Erster. Erster. Ja, das mach ich sowieso. Zweiter, Dritter. Oh, guck mal, der Kett. Leute, die invaden hier und ihr habt die da nicht gesehen. Fiiiiturido. Alter, jetzt geht's wieder los. Ey, jetzt geht's wieder los. Hier sind die nicht langgekommen. Nee, ich werde die geflamed, aber da sind die anscheinend vorbeigekommen vorhin. Nein, die sind... Ja, genau da oben da gekommen. Klar, die sind zu fünft an uns vorbeigegangen und das hat keiner gesehen. Nein. Nein, die sind oben da gekommen. Alter, du bist ja ein lustiger, echt. Stefan, wirklich. Die sind oben da gekommen, ich schwör. Nee, wir haben das mit dem vorher schon ausgemacht. Pssst, pssst. Ihr dürft heute nur vorbeigehen, dann dürft ihr ihn töten. Wir sagen auch nichts. Du siehst, das hab ich doch gewusst. Wir haben beide S gedrückt. Ganz ruhig, ja. Ganz ruhig. Bloober alleine. Sneaky. Was hab ich denn top? Blitzcrack? Oder Tarek? Oh, Tarek top. Nice. Der ist auf jeden Fall schwer für mich. Oh, Laura, du hast nämlich Gold-Item gestartet. Du befolgst meine Tipps, das ist völlig gut. Die haben... Als wenn ich nicht immer mit Gold-Items spielen würde. Ich hab gestern und heute jetzt mal vier Games ohne gespielt. Ja, die haben... Drei von den Vieren haben auch noch zu. Ja, ja, das sind jetzt hier die Ausreden, ne? Die Ausreden. Na, keine Ausreden, ne? Fritz, ich glaub, die haben da einen Tarek Let's Play gesehen. Die machen jetzt hier... Ja, ja, das ist... Ich hab doch gesagt, ich mach die neue Meta damit. Das ist... Ja, das ist OP. Echt. Ich muss aufpassen, dass ich nicht gekaut und gank werde. So, zeigen kann ich die jetzt nicht mehr. Ich renne einfach weg, ja? Ich muss nach meiner Werkstatt. Oh no! Oh Gott, ich bin so lecker. 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 Oh, 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 oh. Okay, guck. jetzt gleich zum ohne doch nicht der ist hier ich sagte es doch also was hab ich denn für Lex Porn.de oh turn it off ach stimmt du musst ja immer alles hochladen ne deine private Videosammlung fuck ich sterbe ich sterbe ich sterbe Fieder SS mit der aufpassen die Viana schickt an Fieder Laura was hast du denn gerade gemacht ja ich wollte Fritz helfen ich hab vorher schon den kann man doch nicht mehr helfen den kann man nur noch einweisen den kann man nur noch einweisen das Problem ist er hat mein Red grad gestealt das Problem ist Junge das muss ich mir das einfallen müssen na guck mal Chris ich hab 4 Minions ne das ist schon da kannst du was mitmachen das ist schon ne Nummer da muss man kaum arbeiten ja das Problem war halt ich hab ein Reddorf angefangen warum auch immer fragt man sich im nachhinein immer wo ist der BOOM der ist hier mit der Angel ins Gesicht ja Peric carried uns mit der Angel weißt du hast schon mal so ne Angel ins Gesicht bekommen ah ja die tut weh mit so ner Drachenleine ah 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 Peric peitscht dich einfach raus mit seinen Augen weißt du bescheid oh guck mal hier ich bin zu sneaky oh nein bin ich doch nicht oh jetzt double double was für Peric ah oh 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 ah okay oder auch nicht okay das waren gerade komische Sounds von mir ja 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 also sagen wir komisch komisch nennen wir es komisch wenn das so ist so was holen wir uns denn mal holen wir uns doch mal als Vampiric Scepter und man what ich weiß gar nicht noch was man Jax spielt oh das bin ich denn für den Noob ey Draven ist auch geil ey ich muss auch mal wieder Draven spielen ey Draven ist ein richtiger Kerl der passt richtig gut zum Raum ein richtiger Mann das ist einfach ein Kollege und ein Schnurrbart oder hat Draven nicht einen Schnurrbart der hat doch einen Schnurrbart ne hat auch einen Statsche guck mal die haben beide voll die Schnurrbart Bros ein mustage brothers on botlane world ja Fritz du darfst auch gerne mal die botlane kommen ja Chris das Problem ist bei level 3 ja es gibt kein Problem alter du kommst einfach runter drückst die Q und wirfst den du aufs Messer ins Chris The rage is real äh Fritzi aber manchmal musst du es dir immer wieder sagen nehm in die Luft so kurz einfach nicht weitergehen geht so nicht was denn los mit dir Chris und ich weiß nicht mit dir okay was ist denn los mit dir hast du wieder Beine trainiert Chris ne ich sag dem dann immer wieder ich sag dem dann immer wieder oder der nicht immer Beine trainieren soll aber der hört nicht kann nicht sein Mensch bis heute die Beine trainieren hab ich gehört match 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 ja Laura ja Laura rest in pieces oh wieso sprichst du denn rein ja ich hatte Angst dass die dich ja ich hatte Angst dass die dich töten ja ich hatte keine Angst um mich und deswegen war ich halt wundert dass du rest in pieces gesagt hast Laura Laura wie wenn mich jemand töten könnte Chris 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 just a little bit closer ja frig, du sollst dich jetzt auch mal im Lübeco closer to the bot lane machen jaja ganz ruhig ja der Bluboff was jetzt noch auf mich ich wart' da aber nicht mehr auf dich das ist jetzt hast du das jetzt immer noch nicht begriffen ich brauch'n kill ich bin drain killgeil ich brauch'n chris er hat mich halt gekillt weil ich dumm war oder Roboter Stücke Wieso gehst du denn jetzt Backloader? Na, ich mag Warzone. Tarek hat ein bisschen Armor, aber kein Mana mehr. Ich würd' sagen, Gank top! Nein, mach ich. Ich komm nach dem Blue. Nice, Fritz, nice. Da wartest du jetzt da beim Blue, oder was? Ah, der Fritz, ich weiß nicht, aber ich würd' sagen, flamet ihn alle in den Kommentaren. Please gank bot flame. Never. Einfach please gank bot lane. Gank bot lane. SS-Mittel. So krass, ich komm erst mal top lane, hast ja so gewünscht. Ja, Chris, ich soll ja top lane gehen. Weil da ist ja der Safe-Kill vor unseren Augen. Zudem lauter, ich würd' die Cooldown-Boots nicht kaufen auf Raum, weil das bringt dir nicht so gut. Nein, ich wollt' mir den nehmen! Fritz, das kannst du nicht tun. Bitte immer noch Mist, keine Ahnung, wo sie ist. Gut. Ich bin dann erst mal bad, ne? Badgerino. Ja, du geknallt auch. Ushidu da Limit. Ushidu da Limit. Ushidu da Limit. Jetzt bin ich wieder drin im Game. Du wieder drin im Game. Nachdem ich dich wieder gefehlt hab, ne? Ja. Da kannst du ja gleich mal den Bottlen gehen. Das wäre ja sicher. Das stimmt, allerdings Gretz. Mit der Angel, Allah. Die Angeln, Allah. Das sind so die Pro-Tips, ja. Das sieht echt schön aus. Das sieht echt schön aus. Ich glaube, es verlinkt mir die Planforce noch besser. So, Chris. Aber sieht mir nicht so vielversprechend aus, wie wir uns machen können. Ja, ja, doch, doch, doch. Also, Laura, würde ich sagen, lässt sich jetzt da einfach rein. Die sind gerubbern, genau. Die sind da. Vorsicht, Diana kommt jetzt von hier. Die ist jetzt auf der Höhe. Oh mein Gott, da kommt der hier. Die müsste jetzt hier kommen. Ich bin sogar am Feeden. Feeden. Nur am Feeden. Ich hab die Ulti gespielt, aber da bin ich nicht mehr raus. Laura, Kiel! hat das so ausgesehen wenn sie noch ertroschen hätte du hast doch einen kill bekommen ja wenigstens habe ich meine stacks bekommen ich wollte gerade sagen was ist denn los mit dir aber der andere typ hat irgendwie 4 assists bekommen assist? was ist denn dein assist? assist machen sie schon wieder meinen red buff siehst du das hier guckst du dir an die banausen das glaube ich nicht mein freund ich glaube schon irgendwie die banausen bruder klauen hier mein red stick die da hin jetzt alter weil das kann ich so nicht tun ja konnte ich nicht mehr mach damage geh doch hörn man ich bin doch da ich kann nichts machen alter da war eben noch die diana hieß bitte oooohh Junge was ist hier los ist der flame wieder los es ist einfach ständig wir flamen uns nie Rage of doom let the rage beginn so einfach der der umgangston der umgangston der übliche umgangston lol das Problem war echt diese dieser stadt war das Problem von dem ganzen game naja gut ist das Problem von meinem ganzen game du kommst du weil ich bin gefeedet du are the problems fritzerino aber ich muss sagen der Tarek farmt ziemlich gut das macht der schön botlane hat auch nen kill bekommen das ist auch immer nice finde ich aber vor allem für draven ist das immer ganz exquisit exquisitment 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 ja wenn man das wahrscheinlich nicht so ausspricht wie ich war aber egal oh die midlane outplayt ihn oh guck mal der stefan da kommt der stefan ey ganz sneaky im teamspeak weißt du und dann reißt das da ab eiskalt ey eiskalt so ein richtiger killer einfach nur echt leute einfach nur mega zerstört oh guck mal jetzt kommt der fritz mach ihn mach ihn mach ihn Kamera auf fritz fritz feed him feed oh guck mal bam da kommt die ulti und jetzt kommt der jacks und steelt bam oh mein gott ich hab sogar geflasht ich hab sogar geflasht was ist denn da los warum warum äh schön gemacht zix schon wiederholt super bei ich schick dir deinen bodyguard das war echt süße was schickst du dir nicht ja wenn er sein ding sich gemacht hätte hat die getroffen ja mein bodyguard shako war bei ihm ist eben hat ihn geschützt beim backpot nice du bist ja echt ein good guy fritz er hat sein bizeps schon trainiert der bodyguard ja das heißt der six kommt ganz ganz safe zurück in die base ich hab halt Beine trainiert ne ja das ist nice JUNGE BOSS Alter ich glaub ich sag hier Leute Beine trainieren direkt reporten direkt das gibt's auf jeden fall im report da schreib ich auch Riot noch höchstpersönlich an Riot höchstpersönlich an nein Bein trainieren der Tower der will mich immer noch here we go bitte miss aufpassen Berlin ok sie ist da hmmm warum will der Tower immer mich aah Fieder NEEIN ich Fieder Fieder Fritz alles wegen dir du bist schuld Fieder Fieder das ist stark Tariq 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 OP 1 lich 6 Apobereit bei Mag Beat So warte mal kurz ich versuche mal hinzus ich hab gelernt nee komm D-Lieschen hat übrigens kein Ultimate mehr die hat er nämlich in mein Gesicht getrickt D-Lieschen ist da mit Diana aufpassen musste aber jetzt sagt sagt marion danke danke jetzt glaube ich glaube wir müssen mal die portland muss ich glaube ich mal besuchen ich komme jetzt ich komme jetzt wieder runter was holt sie dann holt sie auch blade johannes late popet ich sehe das bot aber das habt ihr alles schon gesehen haben wir natürlich alles gesehen und wieder auch schon alles ich habe mich mit den ich gehe und hier ist ein wort wird auch schon alles mit einleiten jana ist hier ja ich sehe es ich gehe runter jetzt das machen wir die richtigen place und noch wenn der fließende ist wenn auch was ich will machen würde er steht da hat er schon fünf kills und hier eine worte mehr aber im trennen wir können nichts machen wird wenn wir jetzt reingest bekommen die charik smith da steht eine pink wort braun guten morgen raum der bizeps war zu klein und auf dem weg sie hat mich nicht sehen braun kommt weg weil er beine trainiert hat deswegen kam jetzt jeder der sprung auf geht's weil der tag geht mir richtig auf die ketten macht richtig der mensch und nichts machen wir sollten das doch lassen ehrlich zu sein weil die wieder um tausend ohne hilf wäre der direkt ne laut auch leider keine ulzen gemacht wird jetzt eigentlich auch mit klein bleiben tarik weißt du wenn du dich mit einem typen mit einer angel anlegen willst dann musst du schon früher anfangen nicht zu hauen nice damage tarik n1 heißt aber nicht nice sondern nice one das wäre jetzt sinnverfälschend du bist so ein troll du bist sinnverfälschend fritz ist einfach ne sinnverfälschung aaaaaaahhh oh beric oh beric klopp sie weg klopp sie weg wow guck mal wie viel damage ich noch mach aber es reicht nicht ich hab gefeedert wieder mal naja das ist auch nichts weiß dafür krieg ich das mit der turret ich recht es nicht dieser jacksfeeder oder auch nicht pass auf der lee sin, alter warum ist eigentlich immer lee sin im game, immer ich komm ich komm ich komm komm runter in den jungle done is the game oh 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 der flash alter was war das denn wieso kommt der noch zu dir das war natürlich ein ziemlicher long range queue so ich hab mein triforce, jetzt geh ich auf blaketoner, Mensch op match 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 wie läuft eigentlich bot lane? oh ich seh schon, draven hat 140 stacks wenn du einen kill bekommst dann hagelt es gold Chris ich würd sagen ich bin dann wieder auf dem weg gleich look behind ja fritz, das wär auch die empfehlung von mir jetzt gewesen naja ich soll ja immer carryn und dann wird im nachhinein die haupte Chris sowas ist nicht gecarried bitte miss, aufpassen was ist denn da los hier ist Diana, Leute, passt auf passt auf oh Diana kommt runter, pass auf Chris ja greet surprise surprise oh da kommt der turn around wow guck mal hier der Chris holt sich den kill oder nein Raphael ist dein Raphael ist dein steil laura 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 ja, war aufzusehen pfff pfff rüfflich alter wieso stehen die da noch drin man alter jetzt hab ich meine stacks nicht mehr, ach du scheiße danke fritz bitte das hab gesagt look behind you ich hätt doch nur die kill gebraucht wess hättest du diesen diesen look behind you tipp befolgt dann wärst du jetzt nicht verreckt immer hinter dich gucken laura laura ich komme durch die mid lane laura laura wa ich lege über den wats pfff die watschamps sind op hä, der hat gerade gerackt da rum oder Perricks wieso verlierst du denn nicht gegen den Cherrick Perricks jetzt soll man das so ich weiß auch nicht das kann doch gar nicht sein ich weiß auch nicht was da los ist mit dem Perricks alter der 250 Amor was ist denn los was ist denn los mit dir ganz schön viel Amorino was ist denn los mit dir Perricks ich bin am Fäden ich bin am Fäden fritz nur am Fäden guck mal aber ich hab wats gelegt ohne ende da oben ne ward auf der lane dann im jungle ne ward das ist ok die kommen beide Vorsicht Chaco ich weiß ich hab ja auch vorher das denkst du steen das weiß der fritz doch alles wieso machst du die ult ach so hast du ihn? ne ich hab's nicht ult wieso machst du die ult ja aber ich wollte smite aber da kam dein damage davor ja wenigstens die Anna den Bluff darf nicht bekommen ich pushe das mit der Turtles ich weiß nicht ich weiß nicht ob er gesmited hat nusiert ihn Tarek don't ich kam nicht mehr hin zum smiten das war's mein Problem stopper lucky schon scheiße jetzt hab ich kein Problem muss ich fragen ob ich es dir gebe Junge ich dachte es ist nein natürlich turn around nimm dir den ruhig ne mach komm komm hier natürlich wenn ich mal sage komm ja das wenn du da drauf gehen springt er die Sen bam dachten wir schon weil die halt so mega hart die Büsche alle geführt haben Leute ganz ruhig mit dem Miss wir haben uns alle lieb mit dem Miss ich glaube ich bekomme gleich Besuch ach komm ey ne botlane bekomme Besuch nice Taco sie sind mal nicht dabei lass uns wieder pushen weiter jo ok top lane oh Tarek ist top nein ich wollte den Tower pushen boah der hat 220 220 Amor ist er echt verrückt Tarek wieso verlierst du eigentlich den Mann der ist immer da dieser Knecht komm doch mal ohne den du kleine Wurst diese Wurst von Tarek ist einfach nur Fail Tarek 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 ist halt der Wurst der kommt immer mit seinem komischem blinde Typ der hat ganz schön viel Amor der blinde Typ hat uns genauer auch wieder gerapt auf der Wurde ja der macht der macht ganz schön viel der Makel der schnuppert seine Gegner der blöde Typ der blöde Typ ist so viel Seen der ist doch blind aber ich weiß auch nicht das ist ziemlich unlogisch das Spiel der blinde Seer was hast du denn für die Farm 138 mhm Wattlane ist auch nicht so wrecked aber genau aber egal ich bin nachher OP der Monk macht grad den Drake oh pass auf sieg's sieg's orino joh man äh Fritz ist aber nicht gut zum runter ich bin bei euch ich push top ja wow boah alter gerackt ey das war wirklich gerackt Alter die hassen mich einfach alle ich hasse es ADC zu sein aber mir kommt einfach alles ins Gesicht komm schon turn around turn around Fritz Fritz wird jetzt letztendlich gar keinen töten oh klar der töten alle Adi nothing sad boah alter geht der Tarek mir auf den Sack ne das ist abartig mit seinen 20 Millionen Rüstung die der hat ey auch noch der Lucien hat 10 Assets da sieht man wie schön er gesittert wurde von der Familie Lee ist sein großer Bruder äh Lee ah oh Peric Alter du kannst nix gegen den machen Alter der O playt dich einfach mit seinen 500 Millionen Rüstung ey ich muss jetzt LW bauen gegen den ey das geht nicht obwohl das mit Jax eigentlich keinen Sinn macht ich brauche Blade Alter ich kann gegen den nicht fighten die Frage ist doch wieso du jetzt kommen die alle jetzt kommen die anderen diese Leute wieso gehst du denn Trinity wenn du doch Blade gehen kannst und ihn prozentualen Dämpft drücken kannst ja aber der prozentuale Dämpft ist doch auch physischer Schaden Fritz ja Chris ja Fritz was sagst du dazu was ich ja Chris erzähl mir mal wie 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 muss ich spielen also ich würde mir auf jeden Fall mal erstens Static Stich holen Static Static Stich heißt das warte ich kann da gleich mal suchen Static wie wird das geschrieben SCH mit dem S SCH 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 ETHIC ETHIC richtig das ist ziemlich frustrierend dass der Tarek mich hier aussehen lässt wie so ein kleinen Lump das ist ziemlich frustrierend I've got some items OP items ok 6 is here nice 6 is here und hilf mir ja Problem ist dass der einfach ein Wave Clear wie ein Boss hat oder ja du hast es du hast es noch damals über mich gelacht als Tarek jetzt spürst du die wahren Stärke ja stark ist er ne Tarek nice ich komm ich komm ich komm bait ihn nur ein bisschen Tarko ist auf dem Weg oh shit immer der warme Bruder der da noch kommt ey NEIN ich wollte gerade auf die Tor springen mann dieser Lee Sin klebt am Arschloch vom Tarek der hängt einfach in seinem Anus drin das ist doch nicht wahr Alter der macht auch einen Schaden der Tarek basic attack 700 Damage of Doom oh botland carry nice guck mal die Laura hat nichts gemacht hast du gesehen die hat extra nicht gesteilt so musst du ja jetzt war der andere ja auch schon tot hast du ja keine Angst mehr hast du schön gemacht hast du schön gemacht musst du auch keine Angst daraus ich bin Stroke haben wir eigentlich nen Jungler Fritz ja wir haben ja würde ich auch mal gerne wissen fulfill your role please ja ich stack momentan grad extrem ja du stackst und ich bin voll vorne Trittst du sollst dich auch irgendwo nen Arschloch kleben möchte an sein am liebsten ja jetzt werd er noch mäht da oben was nein ich werde nicht mäht ich bin noch gefarmt im Late Game da komm ich wenn ich dann auf einmal in 5 Millionen Mann reinspringe dann bin ich ok guck mal der Lee Sin ist wieder Bot und Diana auch guck mal die meinen die können die da gehen aber ich hab auch schon die enemy Buffs gemacht beziehungsweise der Fritz ist ja voll der gute Jungler ja was ist da los das ist mit der Beine trainiert ich bin bis zu hause schnell mit also ganz ehrlich weil du Beine trainierst der versteht dann einfach nicht Chris ich sag dem das jeder Tag der schreibt mich an Peric wie krieg ich ein 85er Bizeps und ich sag dem immer trainier keine Beine und kein Salat ist ja und kein Salat aber er hört einfach nicht er macht immer wieder dasselbe immer wieder Salat immer wieder Beine ja Stefan redest du eigentlich noch mit uns? ja bist du still äh Beric ich komm her komm her komm her komm her du gehst runter äh hoch ich geh runter hmmm der hat hier gewordet Fritz aufpassen von da könnte Diana kommen die kommen jetzt eh oh hier ne die ist noch Mitte oh nein jetzt bin ich auch mal mit nem Kumpel hier toll jetzt hab ich auch ein Kumpel hier du kleiner Knecht komm her komm her du kleiner Lauch da renst du weg ne du kleine Muschi du da hab ich da sofort gerochen ey oh guck mal an jetzt kommen sie mit mehreren hier Ihr kriegt mich sowieso nicht Weil ich spring einfach an meine Minions Oh, guck mal, wie sie mich töten wollen Aber mich nicht kriegen Die ist auch noch da Aber lass sie ein bisschen kiten, dann können die Bottom das Turret nehmen Ja, sie ist ja Easy Und vielleicht auch schon rausgepäht sein Die Lucien ist Mitte Bici und Diana sind hier So, lieber Tarn Hab ich schon ein wenig Damage am Start Jetzt würde ich sagen, Wadlane, gibt mir jetzt Gold Wadlane, gib mir das Gold Yo, was ist los? Ich sitz auf dem Klo Nice beatboxing, Chris Ach ne, ist ja nicht Chris, ist ja Fritz Fritz Popitz Ja! Tariq, OP-Denet Aber das war ich Oh no Ach, das warst du Oder was? Oh, trottet ihr mich gerade Betrollt mich, ne? Nein Tariq, Tariq, Tariq Tariq, Tariq, Tariq Stop trolling me So, was hol ich mir denn jetzt mal? Tariq geht jetzt glaube ich mal auf Last Whisper Whisper Match, Match, Match Tariq Tariq Dann, Tariq NP für mich Ich hab deine Stacks gar nicht gesehen Okay Wie viele Stacks hast du denn? Trank Ich hab keinen Smythe, ne? Oh! Run! Noob! Noob, Fritz Oh, das war knapp ein Meter Old Oh, Loros drin! Raum! Raum! Raum Breach! Oh, da kommen die Stacks Oh! Der Flash kam aber schon verzögert jetzt! Ja, wieso? Ich bin einfach Solo-Q Top Ich weiß gar nicht, warum ich nicht geflasht bin Ich weiß nicht, wo hier alle herkamen eben, ey Kamen alle aus Tariqs Popoluch Wie geht's wieder los mit den Chris Mechanics? Oder? Wo sind sie? Alter! Zix, Junge, mach auch mal was Er steht bei der Rage Der Rage ist real! Der Rage ist real! Oh, Alter! Also den Damage Da kam ne Menge Damage von mir gerade Kannst du nicht richtig schuld geben Harry verliert seine Toplane, oder? Oder wer denn kill? Ich kille dich Tariq, du kleiner Lauch! Chris tut immer, wenn er keine Kiss kriegt Na, guck mal, wie ich den gekillt habe Tariq ist voll strong, aber nicht gut Alles gut Ein wenig im Trollerino Mode dann Nimm es! Nimm es! Nimm es! Aber ich hab mir gedacht, ich kann die jetzt alle drei Richtig schön wegwacken Dann immer... Bei Chris ist das immer so, wenn er stirbt Wer steht drumrum? Und wer ist nicht tot Den muss ich flay Ja, die sind alle schuld Die sind schuld Die sind schuld Das ist OP Das kenn ich aber auch von... Ihr selbst Ah! Braum! Huh! Ah! Man kann den Gegner nicht als Gap Closter benutzen NICHT! Nein! Der Gegner als Gap Closter ist nicht so vorteilhaft Lee Singer Ja! 12-1 12-1 Carry me Tako! Push mal bitte, damit sie nicht mitte pushen Ich split pushen top Nice Tako! Ja! Ja! Ich auch! Das bringt nichts! Weil bis der da vorne ist, sind die schon noch nie mit Soviert Um ehrlich zu sein Wir sagen, ihr bequemt euch einfach alle jetzt in die Mittler Ich komme In die Mittler Oh, oh, oh! Pass auf Chris! Du darfst nicht... Nein! Chris! Chris! Du darfst da nicht bleiben! Einfach weg! Hier schon klar! Guck mal, der Fritz pusht! Fritz pusht durch! Go! Ich komme jetzt! Fritz, du machst das! Go! Ich komme jetzt auch! Mit Braum! Die kriegen den Inip nicht, oder? Kriegen sie den? Auch den kriegen sie! Hier kommt ein CP! Oh mein Gott! Ist Harik Junge! Ja und? Go! Oh, Harik hat doch den gefeatet! Haha, ich hab ihn eiskalt gefeatet Aber Harik, da ist er drinnen Hier, Exo, hast du... äh, wo sind wir? Nice, Harik! Carry me to victory! Oh mein Gott! Ich komme! Nein! Oh mein Gott! Wolkenflitzer! Stirb nicht! Er ist tot! Oh ja! Ja! Double kill für Draven! Alter! Oh mein Gott! Der Fritz! Das geht ja in der Eiskalt weg! So, jetzt höre ich mehr! So, jetzt bin ich so gefahren! Jetzt werde ich hier die Teamfight's carryin hier! Ich will's hoffen, Fritz! Lass uns mal jetzt Mitte gehen! Ich komme jetzt auch im Boss-Mode und dann... Auf geht's! Guck mal, er will wieder farmen! Fritz ist nur am Farmen, ey! Dieser Fritz, Alter, diese Stacks vom Braum, wenn du die auslöst, ey! Der ist einfach Rack... Rack-Time-Ink! Und ich würde sagen, der Lucian ist auf jeden Fall ein Supporter! Mit 0,417! OP! So, mal gucken, ob der Taric schonen macht oder ob ich dem schonen mache! Wahrscheinlich nicht mit 350 Arma! Der macht ganz schön viel Damage, kann ich dir sagen! Das weiß ich aus eigener Erfahrung! Huah! Boah! Da ist der Lucian! Weck in dir! Und nicht weiter Autohitten! Und der Looser, was kaufen sich der für Items, ey! Haben wir ne Pink Ward? Nö! Oh, was sind die, Alter? Was haben die eben gemacht? So, Terry geht wieder hoch! Wir können mal Baron machen, das ist desperate! Ja! Haben wir ne Ward? Nö! Erst in 30 Sekunden! Der Chaco musste grad wieder smile! Anschein'n nicht zu move'n! Dann zeig' dich kurz Chaco in der Mitte! Bitte! Jo! Mach' ich, die kommen! Die kommen hier hin! Ah, der Li hat's jetzt gesehen! Hörte, das war nicht grad die beste Idee jetzt! Na ja! Der kommt weg! Der kommt weg! Schön! Dann beim! Ich halte den Tarek hinten auf! Good job! Laura! Carry! Warum? Lass doch einfach den Scheiß! Ja, lass den Scheißen! Aber Li müssen wir noch ein bisschen aufpassen! Wenn der bei der Runtergesprung kommt, dann lasst einfach den Baron Staubmann, lasst ihn töten! Ja, der wahre Boss hat gesmeidet! Ich werd' gekillt, aber egal! Oh, oder auch nicht! Guck mal, wie ich dich gerettet hab, Fritz! Ey, allein dafür! Ja! Jetzt geht's wieder los! Das war mein Damage! Da kam von dir ne weh! Guck mal hier! Bäm, Alter! Jax carried your ass off! Scheiße! So geht dat hier, Fritz! Guck dir dat an! Ich zeig dir dat gerne nochmal in Side-Loop gleich! Guck mal hier! Guck mal, du lässt dich wieder vom Tower hinten! Guck mal, der Tower outplayed dich, Fritz! Der Tower! Das ist doch nicht wahr! Fritz! Was ist denn da los? Fritz, let's rape him! Nice Flash! Das war wirklich worth! Dragon ist ab! Ich mach den Dragon! Kann mir die anderen rollen? Dann mach mal bitte den Dragon, weil dann hab ich... Weil ich hab eh schon! Dann hab ich... Pass auf, Kid, ne? Jo! Die werden jetzt hinkommen! Aber ich hab jetzt auf jeden Fall ein wenig Damage! Also, Ziggs, wenn ich dich hab im Farm, sag ich Bescheid! Barric! Kid, eine Bombe! Nice! Worth, würd ich sagen! Das war auch 100% Worth! Ja, absolut! Dragon und ein Kill für einen! Der Taric hat jetzt gleich, äh... Oh, guck mal, der Braum! Ist auf Farm Mission! Fuck! Falsches Item gekauft gerade! Naja, okay! Wann hast du denn gekauft? Naja, nur das Longsword! Also, mhm! Alter, du machst ja auch schon Damage, Fritz! Ich bin... Alter, du bist ja Farm God! Alter! Alter! Rape! Alter! Get rekt! Get rekt, Chris! Was ist denn mit dem Typen? Ja, der Taric ist voll der Boss, ne? Das kann doch gar nicht sein, Mann! Doch, der ist voll der Boss! Der hat doch keine Items! Der hat doch nur Armour! Der hat doch keine Items! Der hat doch nur Armour! Der macht mit der Armour noch Damage! Alter! Ich hol mir ein schwarzes Ball! Hol dir einen Guardian Angel! Nein, Mann! Hol dir einen GA! Die lande einfach nur Rick, ey! Hol dir einen Schutzengel! Nein, Mann! Ich bin der Judo-Mort! Das war unser erinnert, würd ich sagen! Nein! Ich komm doch jetzt, Mann! Also, ich hab gedacht... Ja, komm, ey! Lass die mal ein wenig machen, ne? Ich bin doch schon auf dem Weg! Guck mal, wie ich auf dem Weg bin! Guck mal hier, da kommt der Braum Und dann komm ich, guck mal, ich komm hier rein Und guck, dann komm ich, krieg ich Schilds Und dann, guck hier Dann kommt hier das Deck Ist doch voll easy Oh nein, ich bin gestunt Bitte nicht Bitte nicht stunden So, wir sind jetzt mit 5 Mann da, Chris ist jetzt back Wir können jetzt racken Irgendjemand muss aber den Tarek töten Ja Leute, ich geh jetzt rein, ich geh jetzt rein Ja, du bist ja ein Troll, Junge Ja, ja Oh, ja, ja Oh, ja, oh, ja Let's run jetzt gleich down, Leute Leute, ich muss erst mal wieder backen Braum Engage Fritz Fritz Da, Mann Boom Alter, da kommt der Rack Nice Amen Wo sind denn unsere Minions? Minions Lass uns mal hier Den Tower machen Guck mal, die wollen uns hier töten, ey Wo ist denn unser Shaco? Shaco Ich hab jetzt einen Farmer als 6, oh yeah Einfach in Farmmission hier Jetzt, du farmst mich? Jetzt, du nicht Let's get the In-Hit Let's go back Lass uns bot auch noch durchdrücken Let's go back Let's go back Ja, den werde ich aber nicht machen, ne Komm jetzt soll Count Fritz machen Was? Ich bin in Ritworth bei dem Ja, mach ich auch Nicht da Tja, ich bin in Ritworth bei dem Lass uns mal weg Die kommen jetzt hier hin Ah, mich willst du nicht ran springen, ne? Ok So, was kann man sich denn noch mit Jax holen? Was ist denn noch ganz gut? More of Malmortius das ist hier kannst du ja auch holen ich hab schon ich hol mir mehr auf meinen Mortius bisschen Magie-Resistenz oh shit Leute der Brutalizer ist schon on the run oh diese Hure geh weg, geh weg bitte oh jetzt komm ich, Leute wir können noch mal fighten Perrick bist du denn bereit für mich? gut gemacht pass auf der hat seinen Hook gleich wieder müsste jetzt ab sein irgendwann Brutalizer, denn you didn't expect it den könnt ihr noch abschneiden, dann könnt ihr pushen, wenn ihr den weg die haben, die haben einfach nicht expected, dass der Perrick einfach reingeht in alle und alle wrecked Blitzcrank ich seh' dich du darfst nicht porten oh der hat geportet what? ja kann ich nicht machen ach so du bist da ich bin da Junge Junge NICE! PUSHED, ich PUSH TOP GAY, GAY ich muss mich kurz hoch hier Super Minions, GAY, GAY PUSHED BOTTOM raus naja, ich kann nicht mehr viel machen da vorne jetzt geh weg gib mir der Turret Turret get wrecked NICE so, wann kommt denn der Baron? jetzt gleich ich hab's aufgeschrieben ach so, 39, 48 ja, geht mal alle back und dann lasst uns Baron machen oh Leute so, ich bin jetzt full potted und home guarded da wird's den Black Cleef ach dann wird's das GG das ist ein spannendes Match hier ey richtig spannend Laura, packt ihr einen Pink ein? oder hast kein Platz? ah, du hast doch schon einen dabei oh, guck mal, ich musste ja nicht mal sagen auch noch mal schnell Base oh, ich weiß nicht home guards okay, das ist home guards okay, dann geht's los stay the pink here im, 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 Typ oh, ich find Shaka einfach so geil ihr habt mit dem Bild, was ich baue 3062 Leben und ihr macht enormen Damage das ist einfach Pornös Alter, der Baron wreckt mich hier weg ey lass uns den einfach machen, den scheiß Baron ey können auch noch ein bisschen warten, bis sie die, äh, Super Minutes pushen huah würd ich auch sagen, lass mal warten, bis die Minutes pushen naja, oder auch nicht guck mal, da kommt die Braumbulte nice try, Lee ich würd sagen, das Game ist wohl damit GG laus top op OK oh, mega guy, Laura Laura hat die, Lusian Ulti abgeblockt das war nice Ich muss sagen, da war ein hartes Match ab oben gegen Tarek, ey, der hat richtig Damage gemacht. Alter, hast du noch gut geschaut, Gissel? Jo, ich danke dir bei euch fürs Zuschauen, bei euch fürs Misspielen. Wir sehen uns nächste Mal wieder, bis dahin. So, bis dahin es kommt. Ciao. Traut rein.